Und jetzt will ich was für die 1.1. Sekunde an. Auf geht's, Gas geben. Applaudieren, Moritz Pöndl macht hier das Tempo und dahinter haben wir 1000 Meter Läuferinnen. Ja, und Herr Moritz, er schaut sich schon um, will am Feld dranbleiben. Das Feld spricht schon auseinander, eine der beiden zu jetzt. Die Mädels mit Vorsprung vor dem Hauptfeld. Moritz Pöndl, unser Hase, macht das hier ausgezeichnet. Elina Sujev, Dandiana Sujev und Dennis Krebs. 64, die Zeit, wie sie durchgegangen sind, bei 400 Metern. Der Mietingrekord, da steht ja bei 2,38 Euro, 1 gehalten von Lenka Vassna, der Tschechien. Na, wir kommen gut dabei, unser Tempomacher Moritz Pöndl. Und weil sie sind uns, die Wachsteinerin, wenn sie leben, das ist das Führungsbrio über 1000 Meter bei den Frauen. Jetzt schiebt sich noch einer zusammen, jetzt geht Dennis Krebs an Diana Sujev vorbei. Setzt sich in Führung. Die Denise, die will wieder, die kann wieder und es freut uns. Jetzt hören wir mal schnell. Tabea Theemann auf Platz 4 von SV Mohlberg. Die letzten 200 Meter. Die beiden Suje. Dennis Krebs, Tabea Theemann. Was sind die letzten vier? Kann Dennis Krebs das Tempomach durchhalten bis zum Schluss? Eine der beiden Suje fährt schnell zurück. War zu schnell für sie. Und jetzt als Schlitten durchziehen. Und sie gibt Dennis Krebs mit eurer Unterstützung. Der Sieg der Wattsteinerin. In 2,42. 42. Klasse Leistung. Sie ist zurück, Dennis Krebs, die Frau Wattenscheidner 9. Jetzt erstmal durchschnaufen. Wie gut könnte man das besser, als man an der ganzen profane Siegelaugung. Aber so profan ist sie gar nicht. Wir kommen zu den Siegelaugungen. 400 Meter der Frauen und der Behinderten. Anschließend die 600 Meter der Frauen und der Männer.